Anstrengend bin ich ja. Für den Schneefräse geht es. Vor bestimmt drei Zentimeter gefallen. Ich nehme wieder den ganzen Hof zu räumen. Von hinten der Garage bis vorne. Dann gehe ich weg. Bis raus. Bis mein Grundstück ist. Allerhand. Das lohnt sich. Eine Schneefräse. Und soll der Schnee bis Weihnachten liegen bleiben? Wie denken Sie? Ob nicht liegen? Nein. Er bleibt weg. Kommt Weihnachtsgauwärter und das ist weg. Denke ich mal. Wofür. Also wir haben unsere Traktorfahrer, die uns hier beim Winterdienst helfen, die sind eigentlich sehr hilfsbereit, dass die uns auch, wenn wir wirklich viel Schnee haben, und so eine ältere Zeit, die wir unterstützen. Der Winter hat ein bisschen mehr Werk geschoben, mehr Freigemacht, dass wir nicht ganz so viel bis zur Ausfahrt haben. Der Winterdienst macht das echt gratis. Ich hätte nicht, dass es oben losgekommen, aber er will das nicht dazu, dass es bereit ist. Das finde ich schon stark. Schlimm, wir waren gestern den ganzen Tag unterwegs und heute muss man 40 Zentimeter Schnee wegräumen. Mit Schneefräse und eigener Kraft. Für uns ist es anstrengend. Da hier der Schneeflug immer Schwierigkeiten hat, weil der viel zu breit ist und dann auch viel kaputt macht, ist das immer schwierig hier bei den Enggassen. Ja, so 45 bis 50 Zentimeter würde ich sagen. Und es ist schon anstrengend, aber gehört nicht dazu. Und freuen Sie sich auf den Schnee? Klar, Winter muss sein. Deswegen sind wir doch hier.